Wie viele Teilnehmer erwarten Sie denn? Ich erwarte mindestens 150 Teilnehmer. Dieses Jahr sieht das Wetter gut aus und das Wasser ist warm. Nicht zu viel Wind? Der Wind kommt auch noch von hinten und von der Seite, sodass das Wellenbild richtig gut ist. Wie viele Konditionen braucht man denn? Ich denke, wenn man ein normaler Schwimmer ist und die Strömung nicht gegen an ist, dann geht das. Also normale Konditionen. Ich mache nicht viel Sport. Sie können trotzdem mithalten. Ich weiß nicht, ob ich mithalten kann, aber ankommen will ich. Ich versuche es jetzt, ja. Wie war denn die Situation da draußen? Wie lange haben Sie gemessen heute? Von der Strömung her? Kappelig. Von der Strömung okay, ja. Kappelig? Kappelig. Draußen. Wie lange haben Sie ungefähr gebraucht? Haben Sie gemessen? 20 Minuten vielleicht. Die habe ich nur gebraucht. 20 Minuten müssen das gewesen sein. Wasser warm genug? Ja. Mit dem Anzug auf jeden Fall. Ich habe hier einiges. Das ist jetzt geht's. Gut. Los geht's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.